Ein herzliches Willkommen zurück bei Mario Party und wieder mit dabei heute der Mal Kondo und der Hubex. Hi! Da ist er! Da ist er! Ja, ich hoffe, dass die Runde jetzt ein bisschen länger wird. Die letzte war ja sehr, sehr kurz. Ja, natürlich, weil die ich anmoderiert habe, war die kürzer. Na klar, na klar. Also diesmal gewinne ich, aber innerhalb von fünf Minuten, also wird die auch nicht lang. Fünf Minuten? Ja. Das ist mal eine Ankündigung. Ja, werden wir sehen. Das nenne ich mal eine Marke, die die Mulen ja da einhalten muss. Ich muss meine Klasse wieder wechseln oder bin ich Standard-Warrior? Ich weiß es nicht. Ah! Ah, ich bin jetzt gelb. Downfall. Natürlich. Ja, jetzt redet keiner. Ja, Lobby-Phase halt, ne? Ja, Lobby-Phase, immer langweilig, ne? La, la, la. Da spring ich mal lauten. Gleich in meine letzte Runde, wo ich 15 Felder weit gekommen bin. In vier oder fünf Runden. Ganz tolle Sache. Tja. Geht gleich los. Was? Ui. Es geht gleich los. Vier, drei, zwei, eins. Warte, ich will noch mein Skin wechseln. Aha! Geht nicht mehr. Schon zu spät. Ja, mach doch. Ich weiß gar nicht, welchen ich überhaupt habe. Fünf, ja. Fünf. Juhu. Hallo, Molina. Hallo. Irgendwo bist du dazwischen. Ach, da hinten seid ihr. Ja, ich sehe euch da. Wo ist das mal Kamba? Ja, ich bin hier hinten. Zwei Felder vor euch. Ich spring hier. Was? Du bist sieben Felder weiter? Nein, zwei Felder vor euch. Doodlejum. Auch schon wieder diesen Mist. Ne, das ist cool, Molina. Ne, das ist total Mist. Das ist schon gut. Das ist cool. Ich finde, das ist totaler Mist. Ja, das ist totaler Mist. Ich finde, das ist total unfair. Ich stehe hier mal bei Markonda. Ja, stehe mal bei mir. Warum springen denn schon alle? Weil die Zeit an ist. What? Ich kann von unten gerade nicht wachsen. What the fuck? Ach, nein. Nein, nein, verdammt. Ach. Das ist aber auch ein übler Mist hier. Ist, ist, ist. Ich bin ganz nach unten gefallen. Oh, ich bin auch wieder durchgefallen, aber nicht so weit. Doch, jetzt bin ich ganz unten. So, okay. Da hat schon einer geschafft. Wow. Ich, ich komme, ich komme von hier unten nicht weg. Also in der letzten Runde, wo wir das gespielt haben, bin ich ja recht weit gekommen. Das war es. Äh, verdammt. Wow, das ist ziemlich schnell zu Ende gegangen. Uiuiuiuiuiuiui. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. So, lass schauen mal, wo ich jetzt hin komme. Eine 6 gewürfelt, Wahnsinn. Cool. 3 schon wieder. Und jetzt habe ich auch bemerkt, dass der Würfel da unten in der Erfahrungsleiste mitzählt und man dann immer wieder absterben kann. Ja. Und das ist mir vorher nicht aufgefallen, deswegen habe ich mir nur 2 und 3 geblieben. Ja, jetzt hat er es endlich kapiert. Ich habe gedacht, das ist nur die Zeit, wo man würfeln kann, die dann mitzickelt. Achso, nee, nee. Minenfeld, ach, schon wieder dieser Lust. Ach, die Kacke. Das ist irgendwie doof. Das ist doch auch lustig. Nein, das ist doof. Das ist total herzend. So, ich stelle mich mal zu gehen, weil es erscheint hier. Ich will wissen, wo es hingeht. Keine Ahnung. Krabam. Krabam. Ich gehe wieder meine Route von vorhin. Ja, ich versuche die auch gerade zu finden, aber... Huch. Aber mir kommt auch wieder vor, die Minenfelder sind wieder ein bisschen anders angeordnet. Ey, das gibt es doch nicht. Ich bin doch gar nicht drauf gelatscht. Oh, nein. Da habe ich mich so konzentriert. Okay, man kann das was durchschwimmen, man. Ich bin vorm Wasser gerade. Das war's. Das gibt es doch nicht. Oh, Mann. Da waren so viele weit vorne, ne? Ja. Sind da durchgerusht. Nichts. Zwei. Fünf. Vier. Ach. So. Feld 16. Ja, ich habe Feld 13. Was habe ich denn? 16. Nee, 12. Okay. Hast du gerade heil geschrieben? Ja, weil da einer Hallo zu mir gesagt hat. Ach so. Weil wir gleich im Feld stehen. Was war das jetzt? Ich habe da gar nicht drauf geachtet. Wettrennen. Bootrennen oder Wettrennen? Ich fall gerade runter. Ach, das ist dieser Mist. Ich fall gerade von der Plattform. Äh? Ja, schon wieder. Das ist verbuggt. Nein, ich habe mich nur hingestellt irgendwie. Oh, ich sehe überhaupt nichts. Da ist ein Spinnennetz und ich fall runter. Warum? Hä? Verstehe ich nicht. Oh nein, 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 nein. Was passiert? Ich bin runtergefallen. Da ist ein Spinnennetz. Oh, Mist. Schon wieder. Ich bin runtergefallen. Oh. Nett. So, jetzt habe ich es geschafft. Ja, die Spinnennetze, da musst du natürlich drauf aufpassen. Ja, wenn du da reinkommst, ist es blöd. Die halten dich natürlich auf. Warum sind denn alle schneller als ich? Die laufen alle an mich vorbei. Weil du beim Springen und Laufen schneller bist. Was? Ich bin normal. Das ist gleich wie beim Pferderennen. Wenn du läufst und springst gleich so, bist du schneller. Aber da springt doch gar keiner. Nicht? Nein. Komisch. Hier hast du ja irgendwie Boosts und so weiter. Ich fall da auch immer runter. Ich bin, glaube ich, jetzt gerade letzter. Und schon wieder da runtergefallen. Das gibt es nicht. Alter Schwede. Und schon wieder. Kommt mir gerade vor. Nein, ich bin. Boah, das gibt es doch gar nicht. Ich bin runtergefallen, verdammt. Schon wieder runtergefallen. Verdammt. Wer hat es denn geschafft? Nein. Ich war hinter der Tür, die da dritter geworden ist. Kacke, ey. Ich bin noch runtergefallen eben. Fünf. Fünf. Sechs. So. Feld 22. Ich bin noch Feld 18. 17. Ne. Dann bist du hinter mir unten. Nein, ich bin mal vor euch. Ja, ich bin hier hinter dir. Aber weißt du, was noch cooler wäre, wenn man das Feld selber abnehmen könnte? Ja. Naja. Pferder rennen. Okay. Pferder rennen. Ah, da werde ich mich jetzt am anstrengen, 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 anstrengen. So, ich muss schauen, dass ich gleich rechts weibe. Also rechte Bahn habe. Gucken wir mal. Und wieder F5 vergessen. Natürlich. Das heißt, ich habe hier immer einen Rückstand am Anfang. Weil ich dann natürlich wieder kurz vor der Steuerung runter muss. Sehr blöd. Dann habe ich immer am Anfang einen Rückstand. Oh, da ist gerade jemand runtergeflogen. Ja, hab's gesehen. Nee, noch nicht. Nee, nee, mein Kondo war es nicht. Gott, Alter, die sind voll schnell alle. Das ist übel, ne? Ja, ich komme da gerade überhaupt nicht hinterher. Ich spamm gerade die Leertasten und das funktioniert so gut. Ja, ich auch. Aber... Irgendwie sind alle vor mir. Ja, und ich verstehe nicht, wieso nicht. Die müssen runterfallen. Du hast mich jetzt auch überholt. Ja, vielleicht die, die bessere Ping haben, gewinnen. Ja, wahrscheinlich. Wow. Was ist denn? Das war knapp. Das war knapp vor mir schon wieder. Ja. Ich hoffe, ich bleibe da. Ich glaube, ich habe einfach nur ein zu lahmes Pferd abgekriegt. Kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, wenn du jetzt in der letzten Kurve vorn bleibst, bleibst du auch vorne. Scheiße, ey. Ich war vierter, fünfter, keine Ahnung. Ja, ich war jetzt auch fünfter oder sechster oder irgendwie so. So ein Ärger. Ganz knapp auch. Fünf. Ey. Drei. Vier. Da hat jemand mit einer Zehn gewürfelt. Wer ist denn bei mir hier auf dem Feld? Ach, Mykondo. Mykondo ist hier. Ja, ja, Mykondo ist hier. Hier sind ein paar Felder hinter mir. Mykondo ist hier. Mykondo ist in da Haus. Da Haus. Da Haus. Da Haus. Oh nein. Ja. Jetzt werde ich wahrscheinlich gleich wieder still werden und so extrem zum Zittern anfangen, dass ich das schaffe als Erster. Die Tastatur ist gleich eingesaut. Er wird gedrängt. Es geht gleich los und ich bin nicht mal direkt geportet worden. Das ist eine Frechheit. Das ist also... Verdammt. Ich mache das jetzt ganz langsam. Also eigentlich sollte ich am Anfang stehen bleiben und einfach warten, bis die Zeit abgelaufen ist. Zwei wirklich schwere Sprünge, das war's. Das war's echt. Es gibt nur zwei schwere Sprünge. Ach, du bist ein Angeber, bist du. Und den Verhauten, die es macht. Nein, jetzt war ich so weit. Das gibt es nicht. Die erste Kurve, das... Das war's. Das gibt's doch nicht. Wow. Wie schaffen die Leute das? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist... Man muss immer nur so... Du musst immer nur so spät wie möglich absprennen. Drei. Eins. Drei, zwei, eins. Die Worte, die jeder Let's Player vor einem Video sagt. Malkondo, wo bist du? Irgendwo. Feld 24. Ich bin Feld 22, ich bin sehr weit weg. Innerhalb von 60 Sekunden? Mhm. Der Spieler mit den drittmeisten Kills gewinnt. Was? Mulenya. Geh doch weg. Mulenya. 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 Oh, Mist. Wow, ich hab doch keinen einzigen Kill, ne? Weil jeder... Ja, jetzt hab ich jetzt... Jetzt hab ich immer einen Mulenya erwischt. Weißt du, ich bin gespawnt mit zwei Herzen gerade. Ja. Richtig. Ah. Ich hab jetzt zwei gekillt gleich mal. Ey, hört ab, da mehr. Aber wenn man dann spawnen, muss man überlegen. Boah, das gibt es nicht. So, jetzt haben wir den Hubex erwischt. Ja, weil ich schon wieder die Hälfte der Herzen hatte, bevor ich mich bewegen konnte. Das ist so richtig. Jetzt mal Kondo Revenge Kill. Oh Mann. Und das hat der auch gleich. Schön. Schön. Ne, doch nicht. Ach, verdammt. Verdammt Darkstyle. Okay. Das ist gerade nicht so unsere Runde. Kann das sein? Ne. Also ja. Sechs. Zwei. Vier. Ne Kacke. Ja, schon wieder. Was man durch drei, zwei und eins zahlen kann. Oh nein, Bowser hat mich geschnappt, ey. Und zwei Felder zurückgeworfen. Das ist doch wieder. Ich bin auf Feld 36. Ich bin auf 28. Ich bin auf 24. Wow. Ach, wie ein Ruhlblock. Ja, mein Lieblingsspiel. Ja, es ist schon ziemlich cool. Muss eigentlich immer nur nach unten gucken. Ja, das ist zwar jetzt nicht so interessant wahrscheinlich für die Zuschauer, aber trotzdem. Bro. Uiuiuiuiui. Wir sehen auch jetzt mehr als wir letztes Mal in der Lobby, kommt mir vor. Ja. Agenta, wo bist du? Oder Lila halt. Wahnsinn, das war jetzt ein bisschen knapp. Grün. Grün, 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 grün. Und blau. Ich kann die ganze Zeit stehen bleiben. Ja, sowas ist doch echt toll. Das muss man haben, wenn das nachher so schnell geht. Ja. Nein, jetzt muss ich laufen, jetzt hätte ich es bald verpennt. Ja, siehst du, das ist dann das Problem daran. Ich sehe mal Kondo von meiner Auslage. Meiner Auslage, ja genau. Auslage. Nein, oh, ist das gemein, ey. Und Molenia sehe ich auch, es sind beide vor mir. Rot hier. Ja, ich komme euch mal entgegen. Also entweder kann ich stehen bleiben oder ich muss voll weit laufen, das ist total gemein. Ja, sowas ist durchaus sehr fies. Ich bin jetzt nur ein paar Blöcke von meinem Kondo entfernt. Äh, wo ist das, wo ist das, wo ist das? Oh, das war knapp, ey. Wow, da war ewig nichts. Ja. Jetzt kommen wir uns wieder in die Mitte. Unsere Chancen zu gewinnen minimieren wir uns gerade selber, wenn wir an einem Fleck stehen. Oh, oh. Huch, das wird's knapp. Grün. Oh. Das ist jetzt, jetzt, äh. Rot. Gut, jetzt kann ich stehen bleiben, ist so schön. Ich stehe mich jetzt alle drei fast gleich, ne. Dreh dich mal um. Oh, rot, 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 nein. Ich bin beide drauf gegangen. Näh, 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 näh. Ja, genau. So, was kommt jetzt? Gelb, boah. Kraft. Wie viele sind denn noch? Ich glaub drei. Nein. Zwei. Ja, jetzt sind wir drei. Wow. Kommt, ich bin vierter. Ach, nee. Jetzt sind noch drei. Ja. So, ich bin gespannt. Wir gucken auf Mulenja. Ja, okay, bin ich fünfter geworden. Mulenja ist ja auch draußen, oder? Nee, nee, Mulenja ist noch da. Ui. Und? Schon wieder ein Stück. Zwei ist sie auf jeden Fall schon mal. Oh, das war knapp. Das war ziemlich knapp. Das war knapp. Und rot stehen bleiben. Da hat der eine aber noch Glück gehabt, der Toppel. Der andere macht hier Jumps. Und jawohl. Jetzt hast du es, jawohl. Ja. Jawohl. Du hast vier Felder zurückgesetzt. Boah, alter, übel, ey. Oh. Da ist die ganze Runde schon wieder weg, ne? Ja, ich hab eine sechs gewürfelt und vier Felder zurück. Das ist übel. Das ist richtig fies, sowas. TNT Run. Oh Gott, das ist ja auch wie ein Jump'n'Run, oder? Nee, du musst auf der Plattform bleiben. Oh, super. Da bin ich ja. Oh Gott. Du musst einfach laufen, weil hinter dir fallen die Blöcke weg. Okay. Verstehen. Ich stelle mich mal ins Eck. Ist gar nicht vielleicht geschickter. Nee, wenn du stehen bleibst, ist es ja auch weg. Du musst laufen. Du musst laufen, ja. Die Blöcke, die du berührst, ähm, fallen. Aber, ah ja, okay. Es verschwindet nur der Boden und wenn man das Orange drauf, ähm, bringt hat man verloren, quasi. Okay. Alles klar. Hallo. Du musst halt versuchen, den Leuten irgendwie den Weg abzuschneiden. Ah, ich glaube, ich schau mal, dass ich selbst mal überlebe, erst mal. Das ist echt übel. Mit dem Laufen, stimmt ihr schon, mit Steuerung Laufen, das vergesse ich erst mal. Weil ich habe kein lustiges Optifine-Moment noch drin an. Doch immer nicht, sagen wir besser so. Hallo, Marcondo. Hallo, Hubex. Du Sack. Was? Du bist in mein Loch reingefangen. Ja, ja. Das muss ich mir bei euch dran sehen. Jetzt habe ich mich so konzentriert. Dann komme ich und dann war es. Und dann kommt der Marcondo, ja genau, der Hubex. Marcondo 2.0. Mal Kondo on Demand. Wow, jetzt wird schon langsam. Jetzt wird es knapp. Wo ist Mulenya denn? Ah, jetzt ist er raus, der Hubex, ne? War doch Hubex, oder? Ne, da hinten ist er, da hinten ist er. Da wird er sein. Wo ist Mulenya, wo ist Mulenya? Wow, jetzt wird es gut. Ach hier, die sind beide hier direkt aneinander. Aber eigentlich stehen bleiben auch. Nein. Weg ist er. Aber nicht, ne? Stehen bleiben. Nein, Hubex ist noch alleine drin, ne? Zack, jetzt bist du stehen geblieben. Aber Platz 3 immerhin. Bin ich stehen geblieben, ja, weil der Ding rausgegangen ist. Immerhin Platz 3. Ja, stimmt. Habe ich wenigstens plus 2 Würfel. Jo. Ja, schade, dass ich jetzt gerade runtergerutscht bin. Gucken, wer es jetzt schafft von den beiden. Nö. Toppel hat es geschafft. Ja. Nice. So, schauen wir mal, was jetzt der Würfel wieder sagt. Sechs. Drei. Vier. Sechs, 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 sechs. Oh, Bowser, nein! Bowser hat mich wieder zwei Felder zurückgesetzt. Oh, das ist ein Dübel. Du hast ja echt Pech jetzt. Das Spiel hast mich gerade. Diese Runde hast du echt Pech. Oh, Mann. Red light, green light. Ah, das ist, da musst du laufen halt, wenn es grün ist und wenn es gelb wird, musst du stehen bleiben und bei rot musst du stehen. Ja, sonst wirst du zurückgesetzt. Bei gelb darf ich stehen oder muss ich auch stehen bleiben? Genau, da darfst du stehen und bei rot musst du stehen bleiben. Die sind bei den Framestorm angezeigt, wahrscheinlich, oder? Unten. Voltblöcke im Inventar. Oh, nein, jetzt haben die mich wieder zurückgesetzt, ey. Wie das ausschaut, ne? Nein. Oh, verdammt. Gerade so. Gerade. Um's. Ah, ah. Leck. Wie war das jetzt gerade? Yes, ich bin Zweiter geworden. Ja, cool. Ja, super, man kommt daher. Ja, vielen Dank. Und jetzt habe ich nur eine Zwei gewürfelt. Das war mir so klar. Es war mir so klar. Ich habe eine Fünf. Wetten, Bowser wartet wieder auf mich? Nein, diesmal nicht. Welt 48. Ah. Ich bin Zweiter. Ja, du bist Zweiter. Ja, Glückwunsch. Glückwunsch. Und warum gibt es keinen Dritten? Ja, Glückwunsch. So was. Doch, ich. Man kommt auf Platz drei. Hey. Hey. Da hätte man gucken müssen, wo überhaupt der ist, der Nächste. Ja. So weit waren wir vorne. Ach, Mann. Na, ihr Lose, das ist ja freundlich. Jawohl. So, ja. Mulenja, dann mach mal Abmoderation. Ach, ich? Ja, du hast auch anmoderiert. Gut, dann tschüss. Tschüss. Tschüss.